hallo herzlich willkommen zuschauer der sanften unterhaltung wir sind hier wieder wie heißen die dinger hier diese brückenbeine wir sind hier wieder am brückenbein da oben ist die siedlung da links ist noch irgend so ein schloss da gehe ich vermutlich auch noch irgendwann mal dahin zu gehen muss ich hier durch ok ja ich muss weiter im dumpf herum rennen ja und sachen machen was gab mir hier das meiste gegen gift ok das waren die handschuhe und war es das hier oder die arbeiterhose ok jawoll dann ab geht es weiter runter ich hatte erwartet mensch die maus manchmal schlägt die maus ein habe ich das gefühl da liegt blut sehe ich ich muss doch irgendwie weiter üben ach ne das glänzt nur ok ich dachte die schnecke hat blut geschluckt oder so wie ich hier die leiter runter komme das muss ich noch irgendwie üben ja das ist hier wolfs blut grasklinge da ist ein kessel ok wolfs blut grasklinge mensch wird drei nach also oder ist das gar keine waffe das ist nicht ist das ein gegenstand ist das ein item Tatsache das ist ein item Wolfsblut Grasklinge, Beweis der Pflichterfüllung eines Wachens von Farren ok oh nein hier ist auch noch tief Ui, Estos zu bedrinken, nein danke so, untersuche Sonnenlicht Hades mal Alter, was bist denn du eigentlich Sonnenlicht Talisman ok unwirksames Gebet dieser persönliche Talisman eines Sonnenlichtritters zum wirken göttlicher Wunder die Illustration darauf verkörpert seinen festen Glauben die Nutzung der Fertigkeit dieses Talismans erfüllt den Benutzer mit ähnlicher Standfestigkeit Sonnenlicht Talisman, ist das der hier ist das ein Talisman von wie hieß der Typ Moment, Estosu, warte mal wie hieß der Typ, äh, der Sonnen, der Sonneneid-Typi wisst ihr noch in der Siedlung da war in der Küche hier auch so ein Kessel und da war aber diesmal der Sonneneid hier war so ein Sonnenlicht man, hier war so ein äh, Sonnenlicht Talisman äh, wie hieß der Typ äh na, der hier die Sonne gepriesen hat von dem ich mal erzählt habe verdammt, wie hieß es nochmal äh, denk nach also, auf jeden Fall ich glaube, da war hier da war auch der Kessel einfach so irgendwo nirgendwo ein Kessel ok wie tief ist hier? hier ist sehr tief oh mein Gott ja, gut, nein hat er was getroffen? nein, hat er nicht der verschwindet nur mit nem Geräusch ach, das ist noch so ein Ding ok, ich dachte schon was ist das da für ein fetter Baum na dann mh mh ok alles klar hier ist tief alter au ey was ist mit der Maustricht da los? ok, hier ist tief hier ist sowas von tief oh man wird Zeit für den Mooskrumpen was ist mit der Maus? die dreht sich unwillkürlich Hilfe was zum Teufel geht hier ab? brauche ich ne neue Maus oder was? Maus, hallo? geht's dir gut? oder sind das die Schnecken? keine Ahnung gut äh, ja äh, ja Mooskrumpen beactivated falsches Ding ja, 25 genau nutzen das Ding ist du einfach ok aber das bringt nichts, ne? kleine Titanitscherbe alt, das ist will ich wirklich diesen Loot dort ja, will ich warte, ja warum hinterfrage ich das auch aber was ist das für ein Vieh vor allem wenn hier so tief ist, ne? oh man oh, ich könnte mich einfach vorbei äh, einfach dran hinschleichen oder ich müsste da auf der Insel kämpfen äh hä? oh lol ich habe die ganze Zeit hier Gift bekommen ich habe das nicht gemerkt oh man äh das wollte ich nicht ich wollte hier ja, dann werde ich wohl diese Moosklumpen brauchen keine Giftansammlung oh ich probiere mal zwei einfach wo Interesse so nein, 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 nein nein ach Guys nein, 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 nein die Juuu Kleinst点 Bien juhu Gut, das wäre das Ding. Oh, ich nehme da eine an. Wenn, wenn Luke, wenn, nein, voll Luke. Oh, oh, ah. Hoch. Okay, also, was haben wir denn da jetzt bekommen? Helm eines namenlosen Ritters. Okay, mein Fuß juckt. Der Helm eines namenlosen Ritters. Dank der Rillenstruktur bietet er trotz des dünnen Metalls zusätzlichen Schutz. Okay. Was gibt es hier? Wo ist hier die Rüstung? Ach, das ist die ja schon. Rüstung eines namenlosen Ritters. Die Rüstung, ja, dank der Rillenstruktur. Okay. Ach du, ihr Mistfischer. Boah, haben, ich glaube es ja nicht. Es haben sich in Dark Souls an mir Schnecken angeschlichen. Schnecken. Ich meine, woher lesen kann man, okay, die scheint mich zu ignorieren. Glaube ich. Alter, Schnecken haben sich an mir angeschlichen. Okay. Na ja, gut. Ich hoffe mal, das war alles. Sollte es noch was geben, was ich hier in dem Bereich nicht gefunden habe, komme ich noch mal zurück. Ich weiß nicht, ob es da hinten was gibt. Ich möchte da auch nicht schauen, weil das würde das Display einfach zu sehr in die Länge ziehen, glaube ich. Gut, dann schauen wir mal. Ich glaube, die Kleidung ist nass. Äh, die Rüstung. Der Prostpanzer kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das auch eine DLC, sag ich. Ist das hier auch eine Klassenrüftung oder? Ich weiß gerade nicht, aber ich glaube ich habe den selben Helm, oder? Oh, Mensch, was mache ich denn? Habe ich? Habe ich nicht? Keine Ahnung. Nein, meiner ist ein anderer. Und meine, meine, meine Helm ist besser und schwerer. Hm. Wollen wir mal in Ritterrüstung rumrennen? Nicht, dass wir jetzt vergiftet werden. Ich. Mit wir meine ich immer mich. So. Alter, da oben ist doch was. Ey, ihr erwartet doch nicht von mir ernsthaft. Dass ich da hochrenne. Irgendwie durch den Sumpf. Ihr habt doch eine Meise. Äh. Schluck. Aber das ist ein großes Kügelchen. Ich weiß jetzt nicht, ob das sehr viel wert ist. Und wie ich das machen soll. Äh. Vielleicht muss... Vielleicht muss ich von... Nicht von hier kommen, sondern durch ein anderes Lagerfeuer. Äh. Äh. Ja. Von der anderen Seite oder so. Keine Ahnung. Dann schauen wir aber erst mal hier weiter. Was sind die Schneckis? Garrys? Genau. Äh. Sumpf-Garrys. Wilde Sumpf-Garrys. Was ist das hier? Ach. Das ist, glaube ich, das Tor zum Eintreten, nachdem ich... die Flamme von Hades ausgepustet habe, ne? Jo. Gut. Äh. Äh. Gehe ich mal da lang? Da, wo das andere Lagerfeuer ist. Drei. Vier. Alter, weil da Krabbe dort... Oh, nee. Ehrlich ge... Oh, mir, oder? Oh, da unten ist noch. Was ist das denn? Wollt ihr mich ver... Drei solcher... Alter. Pff. Äh. Nein. Alter. Ich glaube, den Loot sammle ich in der nächsten Folge ein, wenn ich einen Plan habe, wie ich... die Dinger bekämpfen soll. Okay, aber... Ja. Gut. Kümmert wir uns um die Flammen. Es sind 15 Minuten vergangen und ich habe nichts gemacht. Außer rum gemeckert. Und eine Rüstung geholt. Und ein Ding. Looting. Oh, wie viele Leuchtfeuer es hier liegt. Äh, Lagerfeuer, meine ich. Mensch. Nein, war das hier? Nein. Doch. Doch, das war hier, glaube ich. Jawohl. Jawohl. So, da bin ich wieder. Hallihallo, wie geht's denn so? Hoch. Ach, sieh mal einer an. Mir hat dich was versteckt. Jeder muss pumpen, drei. Ja, und da hat sich auch was versteckt. Juhu. Eisenfleisch. Oha. Roll, roll, roll. So. They feel me rolling. They I didn't. Blam, 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 blab, blap, blam. Pon, bon, bon, bon. So. Ben, go. Ben, go. Ben, vai. Ben, vai. Ben, vai. Wo war hier noch was? Worauf ich Bock hätte meine ich. Da vorne ist ein Kügelchen. Okay. Achja, da war ja noch was. Genau hier war noch Zeug. Steinparma? Was ist denn ein Parma? War das eine Münze oder ein Schild? Ich glaube das war eine Münze, oder war das eine Münze? Oder war das wirklich ein Schild? Das war ein Schild! Ach, ich dachte das hier ist eine Eins gewesen. Na dann. Ein runder Steinschild, den einst ein alter Ritter trug, das selbst zu Stein wurde. Okay. Für seine Größe bietet er hervorragenden Schutz, ist aber auch extrem schwer. Okay. Oh nein, ich wollte nicht wegmachen. Für sich 100. Oh, hallo. Gewicht 7 allerdings. Hm. Der hat eine Haltung von 57. Hm. Okay. Okay. Na dann. Wenn. Wenn du grenn. Volles Kiefer hat. Wie gut. So. Aha. Hä? Ja, oder was bist denn du jetzt? Ein PC? Hui. Hä? Was? Was? Was zum Teufel? Okay. Hat er die Machtschild? Ach nein, das ist ein Moskumpen gewesen. Hä? Oh. Was ist das für ein Machtschild? Tschüß! Ah. Ah. Wegrollen. Hallo. Okay. Ah. Ah. Hey. Wer oder was bist du? Wer oder was bist du? Ah. Es kommt eine Schnecke Ach komm Der hätte ich doch fast erwischt Ich wollte schon sagen, es kommt eine Schnecke von Dort Dammit Okay, ich glaube, den schafft mir noch In dieser Folge und dann ist aber Schluss Okay Dressant Dressant Zan 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 Ist das ein schwarzer Wetter, ist das ein Korrupter oder Oder wer oder was Genau Leite meinen Weg Dann weise mir den Weg O grüne Seelenkügelchen meiner selbst Durchsprinten, durchsprinten Hey, hey, hey Durchsprinten, durchsprinten Hey, hey, hey Nein Oha Ich hätte blocken sollen Ich wollte eigentlich treten Ja, keine Ahnung Manchmal klappt das nicht Äh, und manchmal klappt das Okay Okay Oha Coole Moves Okay Nein, 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 nein Renn Äh, trete doch Meine Güte Und roll weg Roll weg Ey, dass man dir mal alles sagen muss Na Oh Die sind ja keine Freunde Ich dachte Die sind Feinde Ey, du sollst treten, man Träten Träten Schau mal Ne Ich hole weg Junge Jetzt Jetzt klappt es mit dem Träten Ja, jetzt auf einmal Jetzt klappt es Ja, hier Jetzt klappt es Ey, du Ey So Geborgsner roter Augapfel Mhm Okay Okay Ne Äh Äh Okay Mit dem Kann ich nicht treten Jetzt auf einmal Klappt es Ne Jetzt Jetzt klappt es Jetzt auf einmal Jetzt klappt es Oh Hier Hier Schon wieder Dark Souls Ne So Was hast du hier Oder das Weißen Okay Oh Ah ne, doch War richtig Äh Kohle des Weißen Durchwirken von Kristall Gesegneten und Ab Kohle, die für die Durchwirkung Von Waffen genutzt wird Die weiße magische Flamme Die von dieser Kohle Hervorgerufen wurde War vor langer Zeit Da untoten Legion Durch eine der beiden Kristallweißen Überreicht worden Dem Schmied im Schrein geben Um Edelsteine für die Durchwirkung Kristallen Gesegnet und abgründig zu nutzen Okay Ach ja Den Typen haben wir besiegt Okay Wie es weiter geht Sehen wir In der nächsten Folge Ciao